dank unserer lieben freunde der data miner also leute die ja die game files durchsuchen wurde entdeckt dass es einen neuen volt gibt und zwar volt 51 soll ins spiel mit eingefügt worden sein ich bin der ganzen sachen bin der ganzen sache auf den grund gegangen und ja volt gibt es aber 51 jain also irgendwie ja aber irgendwie nicht also es gibt einen neuen volt ich zeige euch auch wo er ist aber die nummer des volts ist zensiert mit einem pinken balken super cool und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen liebe volt bewohner und ödland besucher zu einem neuen video hier auf meinem kanal und wie immer gilt die regel wenn euch das video geholfen oder gefallen hat dann dürft ihr mir ein däumchen da lassen ansonsten auch ein abo raushauen und die glocke aktivieren so bleibt ihr auf dem neuesten stand und wenn euch was auf dem herzen liegt dann schreibt mir in die kommentare lese ich mir sehr gerne durch und mit viel glück ist dein kommentar im nächsten video dabei sowie auch heute wieder am ende des videos der ein und andere kommentar von euch am start sein wird volt 51 jawoll also wir vermuten dass es volt 51 ist wo finden wir den eigentlich also um ihn zu erreichen müssen wir hoch in den nordwesten zum gutshof erenhold wenn man das so richtig ausspricht und vom sportpunkt aus einfach immer richtung norden hochlaufen und dann finden wir ihn auch schon den neuen volt pink ja ich nenne ihn einfach mal word pink und der befindet sich dann natürlich mitten im wald oben und da gibt es natürlich die kuriosesten spekulationen ich habe in unserer playstation community als ich habe eine playstation community die nennt sich volt.de wer auf der place zockt und leute zum handeln und spielen braucht der darf da gerne vorbeischauen ansonsten natürlich auch den discord benutzen so link in der video beschreibung genug der eigenwerbung und dort wurde sehr viel diskutiert ob dieser volt nicht sogar der volt sein könnte welcher mit einem raid auf uns wartet ja also ich glaube eher persönlich weniger denn es wurde ja schon in der vergangenheit und wer meine videos schaut regelmäßig der wird das auch mitbekommen haben es hieß ja dass die anderen walds geöffnet werden und ich kann mir sehr sehr gut vorstellen dass die dass die anderen walds irgendwie in irgendeiner form einen raid triggern oder sowas möglich ist es natürlich es kann auch sein dass ich mich total irre denn wir wissen ja durch den neuen trailer der rausgekommen ist dass es auch einen underground geben wird in fallout 76 was ich mir persönlich vorstellen könnte theoretisch aber nur dass nur meine persönliche vorstellung könnte auch total falsch liegen dass dieser wort vielleicht der zugang zu diesem neuen underground system sein könnte vielleicht ist ja auch dieser underground hinterher der raid das ist alles so spekulations mäßig irgendwie so also ich bin gespannt also ich finde ich finde oh man leute ich bin echt gespannt was da noch kommen wird also ich finde alleine jetzt schon dass mit dem destilliersystem mit diesen kleinen neuen bieten und so die dazu gekommen sind finde ich das schon finde ich schon gut macht auf jeden fall spaß also man merkt da tut sich was in dem game und ich bin echt gespannt wie sich dieses jahr vorlaut entwickeln wird es gibt ja heute sogar schon situationen wo ich so zurückdenke obwohl das spiel noch gar nicht so alt ist aber ich denke so zurück so als wir die beta gespielt haben das war das spiel noch so und so aus da hatten wir die funktion nicht weniger lager kapazität also ne man man denkt also schon so ein bisschen zurück und wenn man sich überlegt was ich eigentlich alles schon in dem spiel getan hat ist das schon enorm und jetzt natürlich in dem letzten update im patch 7 kam halt eben ein neuer wort dazu und das lässt natürlich auch wieder fragen auf auferstehen und das finde ich auch gut ist nicht echt gut also hat man immer irgendwie so ein bisschen sicher so ein bisschen die möglichkeit so ein bisschen nachzudenken und zu gucken so was könnte da sein checkt die location einfach selber mal ausschaut mal was es da so alles für euch gibt und nun kommen wir zu euren kommentaren den anfang macht der liebe kennst du nicht und er hat gefragt wie kann man so hoch springen ja das ist die mutation beuteltier das habe ich aber glaube ich soweit ich mich erinnere schon einmal beantwortet die yvonne hat geschrieben also zuerst gratuliere ich dir zu 8000 abos und dann muss ich sagen ich habe damals schon vor und viel gezockt und finde auch fordert 76 zu total geil bethesda bemüht sich dass sie alles richtig machen aber leider kann man es nie jedem recht machen und danke für deine videos mach weiter so natürlich liebe yvonne ich werde immer weiter so machen und vielen dank für deine gratulation und ja auch ein dankeschön an euch alle die mir unter dem letzten video zu 8000 abonnenten erreicht haben wir stehen nun kurz davor die weltherrschaft an uns zu reißen das ist doch schön der kg 999 tv der hat geschrieben was ist jetzt eigentlich mit dem legendären händler passiert ja lieber kg hättest du mein letztes video zur road map angesehen dann wüsstest du was da los ist denn der händler kommt erst noch das dlc wild apalachia ist ja aufgesplittet in mehrere daten also datums und es wird nach und nach immer etwas hinzugefügt und der legendäre händler das dauert noch ein kleines bisschen so und dann wollte der nemesis for life wollte mir auch noch mal ein paar grüße da lassen und hat geschrieben ich hoffe du machst weiter so super videos ich hoffe zum fastnacht machst du auch ein schönes erklärungsvideo na also wo denkst du denn hin natürlich hat so hallo klaro und offen affen chaos nightbot killer sagt ich freue mich auf die rucksäcke ja ich freue mich auch auf die rucksäcke und ich freue mich auch dass ihr so zahlreich eingeschalten habt und euch dieses video bis zum ende angeschaut hat habt in diesem sinne danke für eure aufmerksamkeit jetzt wünsche ich euch viel spaß beim zocken guten lud macht nicht so viel blödsinn servus und ciao ich freue mich auf die rucksäcke